Guten Abend beim Wetter. Es wird wieder nass und ungemütlich, eben typisches Aprilwetter. Schauen wir uns den morgigen Donnerstag im Detail an. Also der Nordwestwind, der wird morgen ziemlich stürmisch sein im Osten und am Vormittag sind dann entlang der Alpen-Nordseite immer Regenschauer durch. Es kann sogar bis auf 800 Meter runterschneien, aber am Nachmittag beruhigt sich das Wetter wieder. Länger sonnig und trocken bleibt es im Süden und hier ist es mit 17 Grad eben am wärmsten. Der kälteste Tag der Woche ist der Freitag, da kann es sogar bis in höhere Täler schneien, aber schon am Palmsonntag wird es dann wieder freundlicher und wärmer. Und wie es weitergeht, das zeigt uns jetzt der 15-Tage-Trend für Graz. Also am Montag, da geht es dann mit den Temperaturen in den durchschnittlichen Bereich, aber aus heutiger Sicht, wie es in der Karwoche aussieht, ist noch ganz unsicher. Aber das erzählt Ihnen dann morgen Sigi Fink, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.